Hallo Leute, die Season 8 ist am Start und die Woche 1 der Herausforderungen hat begonnen und ich helfe euch dabei diese leicht abzuschließen. Es geht diesmal um Piratenlager, die man besuchen muss. Es gibt insgesamt 7 Plätze. Wenn ihr alle Herausforderungen sicher erreichen wollt, dann abonniert jetzt kostenlos mein Kanal. Ihr werdet das Abo bestimmt nicht bereuen. Erstes Piratenlager in der Nähe des Vulkans, zweites Piratenlager in der Nähe des Piratenschiffs. Beide zeige ich euch gerade auf der Karte. Das dritte Piratenlager in der Nähe von Pleasant Park, auch das zeige ich euch auf der Karte. Das vierte Piratenlager in der Nähe von Tilted Towers im Schneegebiet. Auch hier nochmal zeige ich euch das auf der Karte. Das fünfte Piratenlager in der Nähe von Dusty the Word, auch hier nochmal die Stelle auf der Karte. Und weiter geht's zum sechsten Piratenlager. Auf dem Berg in der Nähe von Vettelfields. Hier nochmal die Karte. Siebtes Piratenlager ist in der Nähe der Brücke, die zum Wüstengebiet führt. Das zeige ich euch auch gleich auf der Karte. Und nochmal, vergesst das kostenlose Abo nicht, dann verpasst ihr auch kein Video mehr mit der Auflösung der Herausforderungen. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Emi. Bis zum nächsten Mal, euer Emi. Bis zum nächsten Mal, euer Emi.